Es ist natürlich auch ein Geschichte. Es ist manchmal für mich fast unfassbar. Als Junge wollte ich immer Bauern und einem Betrieb übernehmen. Ich habe schon zwei Brüder, die auf einem elterlichen Betrieb Bauern waren. Dann hat es mich natürlich nicht mehr gebraucht. Ich hatte einen Wert, wenn ich noch auf irgendetwas gewartet habe. Ich dachte, ich mache jetzt mal eine Lehre als Käser. Wenn ich jetzt zurück überlege, denke ich, das ist Wahnsinn. Wir haben hier angefangen. Zuhause sind wir fünf Mühler. Kinder und Kinder im Schulalter haben fast jede Nacht schlecht geschlafen. Aber jetzt habe ich doch keine Delikazität. Ja, es gab Spannungen untereinander. Wir hatten wirklich nichts mehr. Wir mussten hier die Hosen runterlassen, bis auf die Füsse. Wenn ich hier unten irgendetwas nicht gut gemacht hätte, wäre man weg vom Fenster. Ich war zwungen, ich musste kreativ werden. Wir haben am 4. April 2006 angefangen. Bis am 20. April habe ich schon über 20 verschiedene Käse gekriegt. Wenn wir mit dem Kessi nochmal anfangen zu arbeiten, dann ist natürlich, wie man das auch in einem anderen Zustand blöd gesagt. Aber es ist ja fast, wie wenn man sich vereint. Es ist ja fast, wie wenn man sich vereint. Wenn wir jemanden fragen, dann sage ich immer, bei mir fange ich das Käse schon einen Schritt. Ich lacht in die Bauer an. Manchmal rede ich auch mit diesen Käsen, wie man mit einem Menschen redet oder mit einem Tier, das irgend nicht folgt oder so. Dann hätte es auch schon gegeben, dass ich Käse im Keller im Keller habe. Ich möchte den Käse im Keller beginnehen,